Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Cacherreisen. Es gibt eine tolle Neuigkeit. Seit heute gibt es einige neue Souvenirs, die du für dein Geocaching-Profil erhalten kannst. Was es damit auf sich hat, was du dafür tun musst und wo die zu finden sind, darum geht es im heutigen Video. Viel Spaß! Also, neue Souvenirs gibt es seit heute für die Geotours. Geotours sind Zusammenstellungen von bis zu 150 Geocaches, die oft an touristisch interessanten Plätzen sind. Diese Geotouren haben meistens einen regionalen oder thematischen Zusammenhang. Erstellt werden Geotouren von Regionen, von Orten, von Städten, die dadurch Geocacher auf ihre Highlights aufmerksam machen möchten und die Geocacher dazu bewegen wollen, ihren Urlaub möglichst in dieser Gegend zu planen und zu verbringen. Geotours gibt es derzeit etwa 80. Das variiert immer so ein bisschen. Die meisten natürlich in den USA. In Deutschland haben wir vier derzeit. Davon sind zwei in Hannover, die Geo-Heimnisse und die Schatzsüterin-Geotour. Eine ist in Oldenburg, das sind die Oldenburger Klimaschätze. Und dann gibt es noch die Geotour im Paderborner Land. Von diesen drei Geotouren kann ich mit Stolz behaupten, dass wir drei davon gemacht haben, also erstellt haben. Das ist ziemlich cool. Es macht uns sehr viel Freude, die Logs zu lesen und Leute in die Gegend zu ziehen. Für all diese Geotouren gibt es jetzt Souvenirs. Also jeder einzelne Geotour hat ein Souvenir spendiert bekommen. Was du tun musst, um so ein Souvenir zu erhalten, ist relativ simpel. Du loggst alle aktiven und temporär nicht verfügbaren Geocaches dieser Tour. Wenn du das gemacht hast, kriegst du das Souvenir. Wenn du also in der Vergangenheit schon eine Geotour komplett absolviert hast, müsstest du heute mal in deinem Profil schauen und wirst vermutlich sehen, dass dort neue Souvenirs vorhanden sind. Ja, es gibt ein paar Fragen dazu, die sich im Netz so ergeben haben und die möchte ich jetzt hier auch mal beantworten. Also eine Frage ist, was ist, wenn ich in eine Gegend fahre, zum Beispiel nach Oldenburg, und dann ist da einer der Geocaches deaktiviert und ich kann den nicht machen, mache also nur alle anderen, kriege ich dann auch das Souvenir? Die Antwort ist, leider nein. Tatsächlich musst du alle aktiven und auch die temporär nicht verfügbaren Geocaches gelockt haben, um das Souvenir zu erhalten. Gegebenenfalls musst du also zweimal hin. Es kann aber auch sein, dass du den Owner anschreibst und er dir Lockerlaubnis erteilt. Das ist im Einzelfall sicherlich auch mal möglich. Eine andere sehr häufige Frage ist, Achso, nein, ich gehe noch mal kurz zur letzten zurück. Das bezieht sich nicht auf archivierte Geocaches. Also wenn ein Cache archiviert ist, dann muss der nicht mehr gelockt werden, um das Souvenir zu erhalten. Das ist logisch. Dann die nächste Frage ist, zu welchem Zeitpunkt werden die Souvenirs quasi deinem Profil zugeordnet? Also dieses Courier-Don erreicht am Datum. Da wird bei all denen, die bisher schon Geotouren komplett gemacht haben, im Profil stehen, dass dieses Souvenir am 21.05. erhalten wurde. Also es wird nicht zurückdatiert auf den Tag, wo du es eigentlich komplementiert hast, sondern mit dem Launch des neuen Features. Also für alle zukünftigen stehen natürlich dann die zukünftigen Daten drin. Dann eine wesentliche Frage auch, Geotouren verändern sich ja. Wir als Geotour-Owner haben die Möglichkeit, einmal im Halbjahr neue Geocaches der Geotour zuzufügen. Das heißt, wenn du eine Geotour von uns gemacht hast im letzten Jahr und komplett hast, und dieses Jahr fährt ein Freund von dir hierher, nach Hannover beispielsweise, macht die Geotour, dann wird der mehr zu tun haben als du im letzten Jahr, weil die Geotour etwas umfangreicher geworden ist. Ihr kriegt aber beide das gleiche Souvenir. Dann eine weitere Frage, was ist mit den physischen Preisen? Es gibt ja bei einigen Geotouren auch Geocoins oder Token oder irgendwelche anderen Belohnungen. Das hat mit den Souvenirs gar nichts zu tun. Es kann auch sein, dass es dafür ganz andere Bedingungen gibt. Also das ist unabhängig voneinander. Jetzt eine sehr spezielle Frage, die nicht viele von euch betreffen wird. Was ist, wenn ich selber Owner einer Geotour bin? Kann ich dann auch das Souvenir bekommen? Die Antwort ist folgendes. Erst machst du alle Geocaches innerhalb dieser Geotour, von denen du Nicht-Owner bist. Also in Oldenburg zum Beispiel. Die Geotour besteht aus neun Caches und ich glaube, da haben wir sechs oder sieben Owner. Und die machen dann im besten Fall erstmal die Geocaches, von denen sie nicht selber Owner sind. Und dann schreiben sie an Groundspeak mit dem Username und dem Namen der Geotour über das Geocaching-Kontaktformular. Das verlinke ich hier auch nochmal in der Beschreibung des Videos. Und dann wird Groundspeak dir das Souvenir ins Profil kleben. Ja, hier noch eine Frage. Kleinen Augenblick. Also was ist, genau, eine wesentliche Frage, die auch noch kam. Es gab ja auch Geotouren, die es jetzt nicht mehr gibt. Archivierte Geotouren. Ob es dafür auch Souvenirs gibt. Derzeitiger Status ist aktuell nicht, aber es wird daran gearbeitet von Groundspeak. Dass auch die in Rente gegangenen Geotouren nachträglich dieses Souvenirs noch bekommen. Das war es soweit. Ich bin gespannt darauf zu hören, ob du schon ein entsprechendes Souvenirs in deinen Profilen hast. Würde mir gerne mal anschauen, wie das aussieht. Und ja, ich würde mich natürlich auch sehr interessieren, ob du jetzt wegen dieses Souvenirs vorhast, die Geotouren zu absolvieren. Ob sich das mehr animiert, schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr auf die Diskussion gespannt. Habt einen schönen Tag. Bis dann.